Musik Hat dein Pony einen genauso unvergesslichen Wimpernaufschlag wie Tammy? Dann bewirb es jetzt! Erfahre mehr unter www.tophorseoftheyear.de Jeder kann an einem Wettbewerb teilnehmen. Ob jung oder alt, Shetland Pony, Hannoverana oder Shirehorse. Alle sind willkommen. Top Horse of the Year wird das Pferd oder Pony mit der tollsten Ausstrahlung und dem besten Aussehen. Mitmachen ist ganz einfach. Style dein Pferd, mach tolle Fotos, Videos und lade diese einfach auf www.tophorseoftheyear.de hoch. Hier kannst du in einer eigenen Setcard wie bei echten Models dein Pferd von seiner besten Seite präsentieren. Sobald die Setcard hochgeladen ist, kann die Abstimmung beginnen. Jeder Besucher der Website www.tophorseoftheyear.de kann online seine Stimme für dein Pferd abgeben. So eine richtig schöne Trense, die bringt einen Kopf noch mal besser zur Geltung. Und wenn man da noch mit Babyöltüchern ein paar Partien hervorhebt, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Top Horse of the Year 2011 Seien Sie unbedingt dabei und stimmen Sie mit ab. Bewirb dich jetzt, sei dabei bei Top Horse of the Year 2011. Bewirb dich jetzt, vote für dein Top Horse of the Year. Sei dabei. Bewirb dich jetzt für das Top Horse of the Year 2011. Hat dein Pferd das Zeug zum Top Horse of the Year? Jedes Pferd kann Top Horse of the Year werden, auch deins. Sei dabei beim großen Finale in Hannover bei den German Classics.